Hallo und herzlich willkommen zu Matze-Gins Legendary Report in Diablo 3. Weiter geht's, Runde 2. Ich hab gestern wieder mit meinen Leuten gefarmt. Ich persönlich hab nicht viel gefunden, meine Kumpels waren da doch deutlich besser dran. Aber ein paar Legendaries habe ich auch gefunden, natürlich für meinen Witch-Doktor, denn ich spiele ja auch aktuell den Witch-Doktor. Und ja, diese Items werden wir uns jetzt mal anschauen, die ich hier gefunden habe. Als erstes geht's los mit einer Voodoo-Maske. Mal schauen. Und diese Voodoo-Maske ist nicht so besonders. Nö, scheiße. So, jetzt bin ich mal gespannt. Das ist eigentlich ein Item-Level 63, eine Waffe. Und da, mal gucken, was die so kann. Wow. Erhöht Mana-Regneration. Krass. Reduziert die Uplink-Zeit von Massenverwirrung um 19. Ey, wenn die noch einen Sockel hätte. Das wäre doch mal genial, oder? Ich glaube, die hebe ich mir erstmal definitiv auf. Ohne Sockel ist natürlich echt blöd. Schade. Weil ich brauche halt den Crit-Schaden, ne? Aber nicht schlecht. Wenn da Sockel drauf wäre, dann wäre die echt zu gebrauchen. Und die Mana-Regneration, 11 pro Sekunde, ist natürlich auch ganz nett. Aber, na, mal gucken. So, weiter geht's mit Armschienen. Für jeden betäubten Gegner im Umkreis von 25 Meter erleidet ihr 9 weniger Schaden. Physische Fertigkeiten verursachen 16% mehr Schaden. Na gut, das ist jetzt nicht so toll für mich. Auch kein Crit drauf. Ja, gut. Zähigkeit. Ich habe das Spiel gerade auf Deutsch, weil meine Freundin hier gerade dran war am PC und die das immer auf Deutsch stellt, wenn sie halt mal die Abloh zockt. Ähm, ja, ist jetzt nicht so. Ich finde immer noch meine besser. Okay, ja gut, der Schaden geht halt runter. Obwohl man könnte die reinnehmen. An sich sind die ja eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ich betäube ja auch keine Gegner. Für jeden betäubten Gegner. Obwohl meine Teamkollegen betäuben ja die Gegner. Ähm. Zähigkeit würde halt einfach mal fast um 100.000 steigern. Dann müsste ich mir 4,5% Crit-Chance zum Beispiel über das Paragon-Level holen. Könnte man theoretisch machen. Was ist denn, wenn ich hier mal hoch setze? Ja, könnte ich mir zum Beispiel hier die 5% holen. Wie weit geht denn der Schaden runter? Ja, das hält sich aber noch im Rahmen. Also es sind nur 16.000. Dafür, dass ich dann deutlich besser überlebe, sind die eigentlich gar nicht so schlecht. Auch weil ich halt hier einfach mal Always noch mitbekomme. Ich glaube, ich nehme die rein. Das passt eigentlich. 16.000 weniger Schaden. Dafür, dass ich nicht mehr umkippe. Kann man verkraften. Blöd ist natürlich physische Fertigkeiten. Ja, gut. Muss ich mir noch überlegen, ob ich die jetzt schon reinnehme oder wie ich das ändere. Mal schauen. Aber erst mal gar nicht so schlecht. So, weiter geht's mit einem Set-Mojo. Der zweite, diesmal das Hühnchen. Mal gucken, was das jetzt so kann. So, die Intelligenz ist ganz gut. Wow, Leben extrem viel. Aber ist auch nicht so toll. Keine Crit-Chance, daher nicht so gut. Dann habe ich noch einen Mojo, einen Kopf gefunden. Mit Sockel, 441 und reduziert die Abliegenzeiten aller Fertigkeiten um 5%. Erhöht den Schaden von Zombie-Angreifer. Nur Hexendoktor. Nur Hexendoktor. Aber kein Crit. Crit ist blöd. Okay. Und dann habe ich noch einen Plan gefunden. Äh, Verbitterung. Und ich gucke mich mal an. Zack. Sehe ich das jetzt hier auch? Ähm. Nein. Dann ist das jetzt hier, ne? Bei Alle. Sollte ich ja machen. Genau, der Tipp wurde mir ja gegeben. Verbitterung, wo ist es denn? Muss ich noch irgendwas anderes einstellen? Ich habe doch alle jetzt gemacht. Warum finde ich das denn nicht? Alles stimmt doch. Achso, hier muss ich auch alle machen. Ah, okay. So. Da muss es doch jetzt irgendwo sein. Da ist es doch. Verbitterung. Ein, äh, Mojo. Nebenhand. Aber. Nee, die ist nicht so gut. Für Level 31. Okay, eher Low Level Stuff. Low Level Legendaries. Ja. Genau. Ähm. Dann habe ich gestern nochmal gecraftet. Ich habe nochmal neue Handschuhe versucht. Hier sind richtig starke rausgekommen. Mit 491 in. 317 Witt. Rüstung. Äh, 10% erhöhte kritische Trefferchancen. Kältewiderstand. Leider nicht Allrest. Und, ähm, natürlich Hellscopes. Den Radius erhöhen. Und ich habe auch nochmal neue, äh, Schultern gecraftet. Sam Sins. Auch richtig gut rausgekommen. Ähm, leider, ähm, ne, doch, die waren ganz gut, ja. Ähm, mit hohem Int-Wert, hohem Witt-Wert und Chance bei Treffern 14% Flächenschaden zu verursachen. Genau. Ja, das sind so die neuen Items, die ich dazu bekommen habe. Ähm, ich benutze immer aktuell, jetzt wenn ich einen Schrein anklicken, meine Armschienen, der Nemesis, damit halt einen Boss spawnt. Richtig cool. Kann ich nur jedem empfehlen, dass einer in der Gruppe, wenn ihr in der Gruppe spielt, die immer bei hat. Und dann immer, wenn er halt ihr in einem Schrein rankommt, die halt zu benutzen. Ja. Ich sag mal so, die Legendaries waren jetzt nicht schlecht. Die Waffe hätte vielleicht noch einen Sockel drauf haben können. Dann hätte ich die vielleicht verwenden können. Und, ähm, ja, die Armschienen sind ganz nice. Obwohl halt die Premiere-Fähigkeit, physische Fertigkeit beursachen, 60% mehr Schaden, für mich persönlich jetzt nicht so stark ist, ne. Weil ich habe ja keine physischen Fähigkeiten wirklich. Aber die Stats sind gar nicht so schlecht. Ja, das geht. Weniger Schaden kassieren ist ganz gut, so überlebe ich auch länger. Ja, Leute, das war's wieder mit dem Legendary Report. Ich hoffe, der Legendary Report hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt dem Ganzen einen Daumen hoch, damit ich auch weiß, dass es euch gefällt. Und, ja, wenn ihr, wenn ihr, wenn euch das so sehr gefallen hat und ihr seht das Video zum ersten Mal, dann lasst mir doch ein Abo da. Also, haut da rein. Bis morgen. Euer Matze-Chin. Ciao, ciao.